Liebe Kinder, liebe Kommunionkinder, liebe Familien hier im Rheingau und auf der ganzen Welt, genau genommen also die zwischen Winkel und Wallhof, also am Rhein und auch in den Höhenlagen. Wir, Eberhard Vogt und ich, Elisabeth Schulz, wir grüßen euch ganz herzlich. Ich glaube, ihr habt uns gefunden, weil ihr neugierig auf etwas seid. Und Eberhard Vogt und ich als Gemeindereferent und Gemeindereferentin, wir sind verantwortlich für die Vorbereitung auf die Erste Heilige Kommunion. Und ihr wollt bestimmt ganz viel darüber wissen, was dahinter steckt und wer dahinter steckt. Und bevor wir euch das erzählen können, Ebi, möchte ich eigentlich erst mal wissen, was ist Kommunion eigentlich? Du hast gerade eben von Neugier gesprochen. Ich finde Neugier, das ist eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung für einen guten Kommunionkurs. Vielleicht fragen sich ja die ein oder anderen Kinder und Erwachsenen jetzt ganz neugierig, was passiert denn bei solch einem Kommunionkurs? Nun, das ist eigentlich ganz einfach zu beantworten. Mit allem, was wir beim Kommunionkurs tun, versuchen wir zwei wichtige zentrale Fragen zu beantworten. Die erste Frage heißt, wie ist denn Gott? Darum geht's. Und natürlich vor allem auch um das Zweite. Wo kann ich Gott begegnen? Wo kann ich Erfahrungen mit ihm machen? Mit allem, was wir miteinander erleben wollen, mit allem, was wir euch erzählen möchten, wollen wir diese beiden Fragen beantworten. Und vielleicht können wir jetzt gerade damit anfangen. Elisabeth, erste Frage. Magst du mit uns teilen, wie Gott für dich ist? Gott, der gehört zu meinem Leben dazu. Und ich glaube, dieser Gott, der hat dich und mich lieb, so wie wir sind. Und er ist bei mir, er begleitet mich. Er lacht mit mir, er weint mit mir und er hört mir gerne zu. Oh, es ist so ein bisschen wie ein guter Freund oder eine gute Freundin. Immer da. Aber eigentlich noch ganz, ganz viel mehr. Und dieser Gott, ja, den können wir nicht sehen. Der, ja, wo ist er? Ich weiß es nicht. Aber da ist er. In meinem Herzen spüre ich es. Und sag mal, hast du ihn schon mal irgendwo entdeckt? Ich merke schon, du willst zur zweiten Frage. Zur Frage, wo begegnet mir Gott und wo kann ich Erfahrungen mit ihm machen? Weißt du, manchmal denke ich, es wäre leichter zu sagen, wo mir Gott nicht begegnet. Aber das ist jetzt ein bisschen ungenau. Also vier Punkte fallen mir ein, wo ich Gott auf jeden Fall ganz sicher begegnen werde. Zum Ersten, einer der ersten Sätze der Bibel lautet, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und einige Jahrhunderte vor Jesus entdeckte ein Prophet namens Elia Gott im sanften, liebevollen, umschmeichelnden Säuseln des Windes. Und das ist für mich die erste wichtige Spur. Ich kann Gott überall dort begegnen, wo ich in seine Schöpfung, wo ich in unsere Welt hineinschaue. Mit all diesen tollen Sachen, die Gott uns geschenkt hat, die unser Leben bereichern können und schöner machen. Ein zweites, Gott begegnet mir in den Geschichten, in den Überlieferungen der Bibel. Unsere Kommunionkinder haben zu Beginn eine Kinderbibel geschenkt bekommen. Wenn ihr dort lest, dann findet ihr Erfahrungen, die Menschen lange vor uns mit Gott gemacht haben. Und ihr erfahrt, was Jesus, der Sohn Gottes, während seines Lebens hier auf der Erde getan hat. Dichter konnten Menschen kaum erfahren, wie Gott ist und was er für uns möchte. Das ist das Zweite. Gott begegnen in der Bibel. Ganz besonders wichtig für Kommunionkinder ist das Dritte. Wir glauben, dass Gott uns im Brot der Messe der Eucharistiefeier begegnet. Und das ist etwas Faszinierendes, etwas Wunderbares, aber seien wir ehrlich, auch etwas Schwerverständliches. Unser großer Gott, der die ganze Welt geschaffen hat, das ganze Universum, der will in einer winzigen Brotscheibe zu uns kommen. Darüber lohnt es sich, lange nachzudenken. Und das lohnt es sich, miteinander im Kommunionkurs zu entdecken. Und das Vierte. Mir begegnet Gott ganz wesentlich in all den vielen liebevollen Menschen, die mir auf meinem Lebensweg begegnen. Wo auch immer ich bin. In der Familie, im Sportverein, im Freundeskreis, bei euch, den Kommunionkindern und ihren Familien, den Menschen, die in unseren Ortschaften auf mich zukommen. Ja, ich bin fest davon überzeugt, dass jeder, der freundlich, hilfsbereit, zuvorkommend und einfühlsam zu mir kommt, dass der mir etwas von Gott erzählt und das mir in diesen Menschen nahe ist. Im Kommunionkurs werden euch einige Menschen begegnen. Und damit diese Menschen ein Gesicht für euch bekommen, werden sich jetzt gleich einige davon vorstellen. Ja, hallo, ich bin die Lucia. Ich freue mich total, mit euch in die Natur zu gehen, da herumzustromern und die großen und kleinen Wunder zu entdecken. Ich bin die Anja und möchte mit euch im Wald Gott und die Welt entdecken. Hallo, ich bin Marion. Ich freue mich ganz tierisch drauf, mit euch Gottesdienste zu feiern, in denen ich für mein Leben gern mit euch zusammen singen möchte. Hallo, ich bin Jessi. Und ich bin sehr gespannt, ob wir beim Rennen durch die Weinberge und bei den Geländen spielen, was wir da alles lernen und wen wir da treffen. Hallo, ich bin Heike. Ich komme aus Oberwallow und wenn ihr bei der Kommunionvorbereitung im Feld von Wallow, Martinsthal und Rauenthal nur halb so viel Spaß habt wie Anja und ich, dann ist das super. Hallo, ich bin Julia und ich freue mich darauf, mit euch zu entdecken, wo wir im Glauben Gott begegnen können. Hallo, ich bin die Uli aus Martinsthal und ich freue mich, mit euch Gottesdienst feiern zu können. Lasst euch überraschen, wo wir uns überall sehen werden. Hallo, mein Name ist Stefan. Wir werden uns bei verschiedenen Veranstaltungen hier in der Kirche sehen und ich freue mich schon ganz besonders auf die Erstkommunion Gottesdienste im September. Hi, ich bin Tom. Ihr fragt euch jetzt, ob man in mir Gott entdecken kann? Hm, naja, warum eigentlich nicht? Auf jeden Fall werdet ihr mich einmal im Gottesdienst entdecken. Hm, da bin ich dabei und stelle Fragen über Fragen. Eins, zwei, drei, vier, fünf und noch mehr. Und der Priester wird sie beantworten. Und dann bin ich danach schlauer und ihr auch. Ich freue mich drauf. Bis dann. 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 Untertitelung des ZDF, 2020